An alle Yu-Gi-Tuber da draußen, ähm, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja mal eure Version eines Yu-Gi-Oh! Adventskalenders basteln. Äh, als ob, äh... Ich wette mit dir, Schattenspieler, dass du kein Adventskalender basteln wirst, weil dir das bestimmt viel zu kindisch ist, weil echte Männer ja gar nicht basteln. Ich zeig dir, wie man bastelt! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Untertitelung des ZDF, 2020